Das ist eine Botschaft speziell an geistliche Leiter, also an Menschen, die andere Menschen in der Bibel unterrichten oder lehren. Bist du so jemand? Dann hör mal zu. Hier in Matthäus 13 sagt Jesus, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Wow, erst mal sagt Jesus, es gibt verschiedene Schulen, an denen du dich ausbilden kannst. Es gibt verschiedene Orte, an denen du dir Weisheit aneignen kannst. Bei Influencern, bei bestimmten Philosophen, bei Buchautoren, bei Politikern, Journalisten und so weiter. Aber für Schriftgelehrte, die wirklich im Auftrag Gottes unterwegs sind, gibt es nur einen Ort, an dem wirklich Weisheit erhältlich ist. Es ist nur eine Schule, die Schule des Himmelreichs. Diese Schule, die hat primär ein Lehrmittel, nämlich die Bibel. Und sie hat primär einen Lehrer, den Heiligen Geist. Natürlich liest ein solcher Himmelsreichsschüler auch ganz viel andere Literatur. Natürlich lässt er sich unterrichten von anderen Schriftgelehrten des Himmelreichs. Aber seine Hauptquelle ist die Bibel und sein Hauptlehrer, das ist der Heilige Geist. Bist du so ein Schriftgelehrter, der in die Schule des Himmelreichs geht? Dann lies täglich in der Bibel. Wenn du das tust, so sagt Jesus hier in diesem Text, sammelst du dir einen Schatz, aus dem du dann den Menschen etwas weitergeben kannst. Du kannst kein Schriftgelehrter sein, wenn du keinen solchen Schatz hast. Oder wenn dein Schatz mit den falschen Weisheiten gefüllt ist. Nun sagt Jesus, dass du aus deinem Schatz Neues und Altes hervorholst. Schriftgelehrte, die von einer anderen Schule als von der Schule des Himmelreichs geprägt wurden, ja, die rümpfen oft die Nase über das Alte. Das Alte, das in ihrem Schatz liegt. Über die jahrhundertealten Wahrheiten und über die Weisheiten der Bibel. Weil diese Wahrheiten oft nicht mit dem übereinstimmen, was die Lehrer ihrer Schule sagen. Und weil diese alten Wahrheiten halt auch oft nicht mit dem übereinstimmen, was der Zeitgeist sagt. Wenn du aber ein Schriftgelehrter bist, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet wurde, dann weisst du, alt ist nicht falsch. Dann bist du konservativ. Das heisst, du bewahrst das Alte und du verachtest es nicht. Und so kannst du aus einem immer grösser werdenden Schatz schöpfen. Du kannst den Leuten voller Freude und voller Leidenschaften diese alten Wahrheiten lehren. Du kannst Altes, wie Jesus hier sagt, aus deinem Schatz hervorholen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, du bist nicht nur konservativ. Du hast auch Neues in deinem Schatz. Du kannst den Menschen auch frisches Brot aus deiner Schatztue geben. Weisst du, ich habe die Bibel schon so oft gelesen. Aber jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, dann bete ich zu meinem Lehrer, zum Heiligen Geist. Und ich sage ihm, zeige mir etwas Neues. Zeige mir Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Rede zu mir. Zeige mir etwas, das ich anderen weitersagen kann. Und ja, ich bin jedes Mal total bereit dafür, wenn ich in der Bibel lese, etwas Neues zu entdecken. Und das sollte auch bei dir so sein. Jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Vielen Dank. Vielen Dank.